Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute möchte ich zusammen mit euch das Kleid Pixo Eleganza nähen, das ich hier schon anhabe. Das Schnittmuster zu dem Kleid verlinke ich euch unten in der Infobox und ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir zusammen näht. Um das Kleid Pixo Eleganza nun zu nähen, habe ich hier schon mal die vier benötigten Teile vorbereitet. Das ist einmal der Beleg für das Vorderteil, der Beleg für das Rückenteil. Beide sind jeweils mit dem Fadenverlauf zuschnitten, wie du hier an dem Musterverlauf ganz schön sehen kannst. Und dann ist es einmal das Vorder- und das Rückenteil. Hier kannst du an dem Musterverlauf ganz genau sehen, dass es nicht mit dem Fadenlauf, sondern in einem 45 Grad Winkel zum Fadenverlauf zugeschnitten worden ist. Als nächstes beginnst du damit, die auf den Stoff übertragenen Abnäher zu nähen. Ich habe die Abnäher hier auf der linken Stoffseite markiert mit einem Trickmarker, der später beim Waschen wieder entfernt wird. Wie du einen Abnäher vorbereitest und nähst, das verlinke ich dir hier oben in dem Tutorial. Du nähst sowohl einmal den Brustabnäher auf der linken und auch auf der rechten Seite des Vorderteils und ebenso die beiden Rückenabnäher am Rückenteil. Wenn du nun sowohl am Rücken als auch im Vorderteil beide Abnäher genäht hast, beginnst du damit, die Belege anzunähen. Dafür nimmst du dir das Rückenteil und legst dir den Beleg für das Rückenteil einmal rechts auf rechts aufeinander. Als nächstes steckst du dir den Beleg fest und nähst nur drei Nähte des Beleges. Und zwar ist das einmal hier die Naht des einen Armausschnittes, dann die Naht, die den Halsausschnitt schließt und die Naht des anderen Armausschnittes. Die beiden Schulternähte bleiben vorerst offen und werden nachher im späteren Verlauf geschlossen. Genauso gehst du für den vorderen Beleg und das Vorderteil vor. Nachdem du sowohl am Vorder- als auch am Rückenteil den jeweiligen Beleg angenäht hast, beginnst du damit, diese Rundung mit kleinen Knipsen einzuschneiden. Und zwar genau bis knapp an die Naht. Das machst du, damit sich die Rundung beim Spülen später besser legt. Nachdem du alle sechs Rundungen so vorbereitet hast, beginnst du damit, das Vorderteil zu wenden. Bedeutet, du schiebst den Träger des Vorderteils so nach außen, dass die linke Stoffseite auf der linken Stoffseite liegt. Und dann gehst du zum Bügeleisen und bügelst den vorderen Beleg schön glatt, sodass die genähte Naht genau im Bruch liegt. Nachdem du den Beleg jetzt umgebügelt hast, kannst du damit weitermachen, hier unten einmal den Beleg mit einer Overlockmaschine oder einem Zickzackstich deiner normalen Nähmaschine zu versäubern. Das gleiche machst du schon einmal für den Beleg des Rückenteils und anschließend nähen wir die Schulternähte. Um nun die Schulternähte zu nähen, gehst du wie folgt vor. Du schiebst die Schulter des Vorderteils in die Schulter des Rückenteils. Dabei trifft das Vorderteil mit der rechten Seite auf das Rückenteil und der Beleg vom Vorderteil mit der rechten Seite auf den Beleg des Rückenteils. Du schiebst den Träger also hier hinein und achtest jetzt dabei ganz genau darauf, dass die Nähte der Träger sich treffen. Anschließend sieht dein Träger so aus. Diesen steckst du dir jetzt mit Nadeln fest. Und schiebst den anderen Träger genau so in den Beleg rein. Beleg trifft mit der rechten Seite auf den Beleg und das Vorderteil trifft mit der rechten Seite auf das Rückenteil. Wieder den Träger hier oben reinschieben und darauf achten, dass die Nähte genau aufeinandertreffen. Nun hast du das Vorderteil in das Rückenteil geschoben. Und jetzt nähst du die beiden Schulternähte. Nachdem du die beiden Schulternähte geschlossen hast, sieht das Ganze noch nicht wirklich nach einem Kleid aus. Aber das Ganze können wir jetzt auflösen, indem du ganz einfach die beiden Teile auseinander ziehst. Und so schon mal den Halsausschnitt sehen kannst. Du hast hier die Schulternähte schön geschlossen. Und bügelst als nächstes den hinteren Beleg genauso um wie den vorderen, dass die Naht hier schön im Bruch liegt. Nachdem nun beide Belege und beide Schulternähte schön glatt gebügelt sind, können wir auch schon die Seitennähte nähen. Dafür legst du dir die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander. Klappst den Beleg wieder nach oben und steckst dir den Beleg auf den Beleg. Achtest hier genau darauf, dass diese Nähte aufeinandertreffen. Und steckst dir auch den Rest der Seitennaht mit Nadeln zusammen. Nachdem du so die komplette Seitennaht gesteckt hast, nähst du sie inklusive des Beleges in einem Rutsch zusammen. Und genau das gleiche machst du auch für die andere Seitennaht. Nachdem du jetzt die beiden Seitennähte geschlossen hast, bügelst du die Nahtzugabe einmal auseinander, dass sie später so liegt und versäuberst sie mit einer Overlocknähmaschine oder einem Zickzackstich deiner normalen Nähmaschine. Und als allerletzten Schritt nähst du noch am unteren Saum einen doppelten Umschlagsaum. Dafür bügelst du dir zuerst deinen Saum einmal um deine halbe Saumzugabe und noch einmal um deine halbe Saumzugabe um. In meinem Fall habe ich eine Saumzugabe von 4 cm gewählt. Bedeutet, ich bügel im ersten Schritt meinen Saum einmal um 2 cm um und anschließend noch einmal um weitere 2 cm. Hast du den Saum so umgebügelt, nähst du ihn von der rechten Stoffseite mit einem einfachen Geradstich fest. Und damit dir dein Beleg nicht aus dem Armausschnitt herausrutscht, legst du dir dein Kleid so unter die Nähmaschine, dass du genau hier in der Naht einmal den Beleg festnähst. Zieh dabei so ein bisschen die Naht auseinander, ganz leicht, damit du die genähte Naht siehst. Und nähe genau hier in der Naht einmal ein Stückchen runter, um den Beleg auf der anderen Seite zu fixieren. Das machst du für beide Armausschnitte und dann bist du fertig. Ich hoffe, ich konnte dir in einfachen Schritten erklären, wie du dieses wunderschöne Kleid nähst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn du kein weiteres Videotutorial mehr von mir verpassen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach meinen Kanal abonnierst und wir uns hier zum nächsten Videotutorial oder zum nächsten Nähtratsch wieder treffen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß beim Nähen. Tschüss!